Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Letzte Woche die Apotheken, diese Wochen die Krankenhäuser. Schon wieder gibt es einen bundesweiten Protesttag im Medizinwesen Deutschlands. Ich kann das gut verstehen, denn bei unseren Kliniken läuft bis Ende des Jahres ein Defizit bis zu 10 Milliarden Euro auf. Gleichzeitig kündigt Gesundheitsminister Lauterbach steigende Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenversicherung an. Finanzminister Lindner will kein frisches Geld geben. Deshalb droht eine wachsende Zahl von Klinikinsolvenzen und die Gesundheitsversorgung breiter Bevölkerungsschichten könnte sich verschlechtern. Das macht mich sprachlos. Zeigt es doch das Versagen der Bundesregierung in einem weiteren zentralen Politikfeld. Unsere Bayern-Koalition hat im vergangenen Jahr einen 1,5 Milliarden Euro schweren Härtefallfonds aufgelegt. 160 Millionen Euro davon sind allein für die Bewältigung der enormen gestiegenen Sach- und Energiekosten von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bestimmt. Der Fonds setzt dort an, wo die Maßnahmen der Bundesregierung zu kurz greifen. Doch was tun, wenn sich die Ampel finanziell immer weiter zurückzieht? Nun, zum einen fordern wir Bundeskanzler Scholz auf, sicherzustellen, dass die Gesundheitsversorgung in Deutschland auf hohem Niveau aufrechterhalten wird. Das ist sein Job. Dazu bedarf es verlässlicher finanzieller Rahmenbedingungen für Kliniken, damit die sogenannte große Krankenhausreform überhaupt noch auf ein funktionierendes Medizinwesen trifft. Zum anderen darf nicht abgewartet werden, bis Lauterbachs Reform in zwei oder drei Jahren wirkt. Denn unser Krankenhaussystem leidet seit Jahrzehnten an Unterfinanzierung. Zudem werden bereits nächstes Jahr Tariferhöhungen wirksam, die bisher nicht vollständig gegenfinanziert sind. Für uns ist klar, der Bund muss den unseligen Trend zur Klinikschließung endlich stoppen. Unsere Krankenhäuser haben am 20. Juni mit einem großen Protesttag auf ihre dramatische Lage hingewiesen. Sie haben deshalb nicht geschlossen und ihre Beschäftigten nicht gestreikt. Auch deshalb verdienen sie unsere aller Solidarität. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.